So, und willkommen zurück zur nächsten Runde Hexenkessel! Eieiei, was sind das für ein Team? Drei Baden, lauter Dudus. Ich geh immer zuerst an die Ruinen, ganz einfach deshalb, weil man da direkt wenigstens kämpfen kann. Hier habe ich gerade jemanden in Kolfen, das lehre ich mal gerade aus. So, da ist doch einer, zack, gehen wir mal sowas. Wie lange halten meine Dinge noch? Sieben Minuten, eine Stunde, okay, das reicht ja, stimmt. Ja, ich bräuchte auch mal Wasser. Hoffentlich bekomme ich noch eins. Wahrscheinlich wird er nett. Ich bin wieder der, der immer keins bekommt. Komm, eins, yay! Eins. So, gegen was kämpfen wir denn? Das kann man hier nachgucken. Geh nicht da irgendwas davon? Dieter Polen, also sind Imps, okay. Dieter Polen ist ein Imp. Hat er den Buff noch? Ja, gut. Ach, der hat wieder so einen schönen weißen Gaul, den wollte ich doch auch, Mensch. Wurde mir viel besser gefallen, der weiße Gaul, wie mein weißer Löwe, bin ich ehrlich. Weißt doch nicht warum, weil eigentlich, ne? Habt ihr das jetzt schon eingenommen? Nein. Jetzt sag mal, wie schnell waren ihr jetzt schon wieder da? Ist ja unglaublich. Jetzt ist aber gut. Was ist denn jetzt das? Den hab ich ja überhaupt nie ausgewählt gehabt. Nehmt ihr das da mal ein? Na, könnt ihr nicht, okay. So, du bist down. Achso, wir haben es, okay. Jetzt hab ich gedacht. Gut, wie schaut es bei der anderen Truppe aus? Die hat versagt, okay. Okay, du bist nicht unbedingt stark. Äh, das merk ich schon. Oh, und das ist eine richtig coole Full-Heal-Demo. Nice. So. Also, ich würd sagen, da bleiben wir jetzt erst einmal, wenn... Ich da schon wieder drauf. Mann, nenn das Fieber. Was ist denn der? Da. Ne, das ist der Dieter Bohlen. Komm her, Dieter. Da. Das! Der ist jetzt gerade schon wieder übernommen. Ne, das könnte man uns... Das hab ich schon gedacht. Ach, du hast schon wieder die Bubble on. Wirst. Da fangen wir schon mal mit der tobenden Klinge an. Genau. So. Ja, was ist jetzt, jetzt halten wir noch, oder was? Pfff. Kandare, ne? Da seht ihr mal, wie der Damage-Unterschied... Ich mein... Das ist jetzt klar, was ich für einen Mist gebaut hab. Da kann er eigentlich nur die Kandare... wirklich aua machen. Also jetzt... Ich würd aber gern mitgehen jetzt. Angriff. Wo gehen wir hin? Wo greifen wir an? Greifen wir da drüben an? Windmühle? Komm, wir greifen uns die Windmühle an. Komm, irgendjemand. Ja, Wind. Bin auch der Meinung. Wind. Windmühle. Windmühle. Ja, klar. So, sind wir halbwegs. Warte mal. Nimmst du vielleicht noch den Buff? Was kriegst du noch? Ongar? Bevor denn jetzt wieder irgendjemand hat dann eben meine Reichweite... Ach, wir sind schon wieder eine wenige Gitarre und hat keinen Bock mehr, oder was? Ach, was mach ich denn schon wieder? Auf! na komm das hättest nicht das pet heilen was du hast du auf ja noch mal schlucken ja das ist ja lustig das geht ja auf der war doch gerade unsichtbar da haben wir das einmal gibt es aber nicht nehmt das doch mal ein ach jetzt hat es uns okay bist du schon groß nah ne bist du noch nicht überdimensioniert und stirbst jede sekunde jetzt könnte es andere schon wieder denen was macht denn unser team gut wir haben jetzt aber ganz schön lang gebraucht in der flocke oder zum beispiel die kantare gar nicht wirklich an merkt man doch mal den unterschied da hat bestimmt auch ein schlechtes equip oder doch ja genau das ist mir zu aua lassen wir mal meinen ruder ok jetzt gehe ich drauf gleich ja ich finde diese heilung echt bombastisch muss man schon sagen das sieht immer nach nichts aus ne also nicht so wie wenn halt der heiler den mal so zack dreifelte hp wieder gibt aber es ist schon es ist schon nicht wenig da irgendjemand muss ich das ja gehen das heißt müssen aber ich will könnte uns das noch ja da bin ich eins Das war Spartyvani! Dickel drauf! Auf wen schieße ich denn? Dich wollte ich doch... Wo ist denn da noch einer? Oder noch eine? Ich hab gar nicht gesehen. So, jetzt haben wir zwei. Da gehe ich mal direkt, glaube ich, rüber. Den muss man ja schon mal heilen. Oh, was ist denn da? So... Da bist du hin! Halt, da sind doch schon wieder mehr! Irgendwo... Da ist einer! Was haben denn der für coole... Coolen Sechen da an! Den will ich auch, der von Dieter! Dieter, komm her! Dieter Polen! Oh ne, jetzt hat er sich unsichtbar gemacht! Oh Gott! Ein elendiger Stinker! Ah, das habe ich natürlich nicht ausprobiert! Da gibt es da eine Rubin, mit dem er sich unsichtbar machen kann! Oder andere! Das hätte ich mal irgendwann ausprobieren können! Ja, Dieter! Klar, Dieter! Da spürst du's gar nicht mehr, hm? Haha! Baden! Lauter baden gegeneinander, alles klar! Okay, jetzt haben wir das schon wieder nicht mehr! Ja, komm, ich greife mal mit an! Macht er sonst keinen Sinn! Deffen kann jemand anders! Ich nutze mehr im Gewusel mittendrin! Gehen ja auch nicht alle, oder? Gehen denn da alle? Fünf Leute sind doch nicht alle! Gut, sechs Leute! Servischt! Ah ja! Aua! 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 Was? 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 Hier, Aua! Komm! Lass mich den mal erblinden! Das ist der nicht! Ach, das ist der andere! Wen habe ich da angegriffen? Pfff! Aua! Sowas passiert mir häufiger! Komm! Aua! 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 aber der krampf muss man das wird für angriff für zu früh aufhalten lassen der netz weiter gelaufen einfach du schon was drauf ach du bist auch wieder doch die gewicht kriegst du selbst die glora und kann bei so die aha aber da bräuchte du jetzt wohl dringend hilfe und bis ich aber drüben bin kriegst du das noch mal vielleicht genau als welche von da wenn man da rüber gucken dann beschränkt sich wieder dass alle wieder verschiedene wege laufen schau jetzt sind nämlich drei dann über wo wir sind aufhören der titel die da ja deine macht mehr weh das was ich hier weg die da 2 das ist nur drin ausdauer elixier der hatte mich gerne mal 8 kommen wir gehen weiter genau mit dem winter flog gleich in der sattel mal auf jetzt gehen wir da rein jetzt räumen wir da mal auf hier kommt das reicht auf geht es wieder keiler dabei ja mit der flogge ich hab's probiert das hat nicht ganz hingekommen zack mitten rein das hatte die der polen schon wieder wir haben es immerhin mal probiert mit dem ding ja wenn auch viel zu spät und also sinnlos aber ich hab's mal gemacht da brauche ich gar nicht mehr einsteigen das haben schon gewonnen 2500 können wir uns jetzt nur noch die statistik ein wenig anschauen und uns daran ergötzen oder einfach nur weinen mal schauen da brauchen wir nicht weinen als mit meisten damage im team aber dennoch nur halb so viel wieder die der polen jetzt muss man sich mal und ich habe bin wesentlich mehr kalt worden naja au eh ist halt gehen wir wieder raus melde ich mich bei der nächsten runde bis gleich